You can come meet when I am two or three free kill. Not like this. Au, hier geht's los. Können wir ja was machen, jetzt noch mit allem Mann hier. Ramos ist afk, glaub ich. Oh man, das ist eine Katastrophe, Leute. Absolute Katastrophe, I think. Das wird nichts mehr, ich komm da nicht ran. Na, das reicht nicht. Katastrophe. Doch noch Flash und Igna draus. Leute, Leute. Uff. Alter, was passiert hier? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das Game ist schon over. Also das ist halt over. Decks 2-0, das Game ist durch. Und damit würde ich sagen, auf Wiedersehen. Und nur weil nicht alle Leute da waren. Das ist der einzige Grund. Wenn alle Leute hier gewesen, wäre GG. Ah, shit. Gott, und wir haben halt kein Flash, kein Igna. Welch direkt der Weintag-Flash hätte ich wenigstens Kill bekommen, aber so. Vielleicht rasten wir ja noch aus, Mann. Hoffnung ist jetzt nicht so hoch, aber let's go. Genau. Das Ding ist, ich krieg halt sein Schild auch nicht weg, Alter. Ich will da jetzt nicht ne Q in sein Schild hauen. Na, Mann. Unsere Landing Phase ist halt ein bisschen rigged, so. Und, wieso bin ich erkältet, Alter? Ich sitze im Tanktop hier. Was für erkältet? Na, das wird knapp. Na, Mann. Wirklich jetzt? Denk ich auch nicht. Bin aber. Kann auch gerne ein bisschen mehr sein als nett. Nett ist halt so. Ich meine alleine das Wort nett. Alleine das Wort nett ist halt gute Ultimates. Muss man sagen, wir sind full live gleich. Neue Flash. Wow, wow. Du hast echt voluminöse Brüste. Das Ding ist, meine Brüste werden wirklich voluminöser, Leute. Äh, und das finde ich echt cool. Ich finde, ich glaube, das ist auch was. Ich glaube, wenn ich ne Frau wäre, würde ich auf sowas auch stehen. Nein, also ich finde, es ist keine Mega-Maps-Saison, ne, aber so ein bisschen. Tut mir das echt schöne. Oh, what the word made. Danke dir. Ja, welcome. Kann man den töten, den Ball? Oder sagen wir lieber Bottler enttöten? Bottler ist, guck mal, wir haben ne Fisch. 5-1 zu Stunheim. Welcome. Den töten wir, Leute. Der hat keine Ult. Also noch nicht töten wir ihn, gleich töten wir ihn. Später. Später gleich, quasi. Ein paar Sekunden später. Gute Ult. Nice, Pantheon. Ich hätte vielleicht warten sollen, damit er auch noch was kriegt oder so. Weißt du, warum Männer Brustfahrtsnamen eigentlich wollte die nicht? Das wurde auch darunter teilweise geschrieben. Ähm, da stand irgendwas, glaube ich, dass die halt während der Evolution oder während im Bauch das sich entwickelt und ich weiß es nicht, aber... Nochmal. Wir haben immer noch... Ah, wir haben keine Ult. Moment, aber wir haben Ignite. Das Ding ist, ich muss halt immer meine... Das bringt gar nichts, was er macht. Ich muss halt immer meine... Ähm... Meine scheiß Dings. Ja, das heißt gar nichts, kann ich sagen. Er hat schon ganz netten Schaden gemacht. Weil ich meine, wenig trägt, weil die hat sogar ein bisschen Kacka. Wenn du uns jetzt noch erklärst, wie Kinder entstehen... Können wir mal shoppen oder so, oder? Ähm... Ja, moin. Jetzt haben wir ein Problem. Oh, lol. Ähm, Vayne hat mich gerettet. Hätte ich Ult, wäre sie schon tot, aber habe ich leider nicht. Können wir den töten rein theoretisch? Ja, aber es ist halt immer nervig mit seinem scheiß Schild, Alter. Wir müssen halt gucken, dass wir schnell beenden, weil im Late Game verlieren wir das. Sieht aber bisher sehr gut aus. Ich habe nur 2-0. Pantone ist fett. Ich fahre aus. Hallo da. Das werde ich gelasert. Hallo da. Okay, ja, ja, ist ja gut, Alter. Ist ja gut. Aber ich glaube, dass... Also ich zum Beispiel finde, Brüste sind zwar ganz nett, so, aber... Ich meine, ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, ne? Ja. Dass ich jetzt nicht da komplett all in... Ähm... Ja, wir inten halt gerade ein bisschen. Ja. 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 Geht da noch mehr? Geht da noch mehr? Ja. Aber ist das noch nicht gekillt? Wirklich nicht? Äh... Ah. Quadruplaution. Das wäre fast ein Pantler gewesen. So ne Scheiße. Wieso habe ich da nicht gekillt? Haben die Wunde gehealt? Ich habe auf jeden Fall getroffen. Ich habe auf jeden Fall getroffen. Wurde da noch... Kam da noch ein Heal durch oder so? Oder habe ich... Die waren doch... Selin und Vayner, beide low. Ähm... Oh lol, Speedball, Ramos. Ah, ich konnte nicht holten, weil ich getauntet war. Ne, was war ich? Ich war nicht getauntet, aber ich konnte nicht holten. Habt ihr das gesehen? Warum nicht? Ach, ich war hier geschlossen. Ich kann mir schon vorstellen, dass eine schöne Männerbrust auch eine Frau anregen kann. Na, wenn einer mal... Wobei die meisten, die ja oberkörperfrei rumlaufen, dann ist dann ja ja Bernd der Bauarbeiter oder so. Außerdem würden dann die ganzen... Dann würde es sehr viel Fallobst auf der Welt geben. Oh, geile Titten! Aber wir haben halt Jumus fertig. Wir brauchen noch ein bisschen Geld. Wir könnten vielleicht eine Vayne snacken, hätte ich Bock. Aber wir dürfen auch nicht int... Sind sie? Die intet doch. What the fuck? Wirklich jetzt? Wir machen mal Ignite Dreck drauf, weil das kann sein, dass sie mich killt. Okay. So, Jumus ist fertig. Was ist denn hier los? Ich hab noch keine Ult leider. Ich könnte aber einen Flash-Move machen. Aber was? Nooo, keine Ult. Danke. Wieso heile ich mich nicht? Haben die überall Vision oder was? Das sieht mir eher nach Int aus, so ein bisschen. Na, weiß ich. Ja, wobei das geht, glaub ich. Könnt ihr den Inip angreifen? Das wär geil. Mann, warum tryt ihr denn so hart? Das Game können wir halt echt verlieren, wenn wir so weitermachen. Das war halt echt dumm gemacht. Richtig bad gemacht von uns. Und jetzt. Bitte nicht sterben. Oh mein Gott. Ich meine hab ich noch Ult, aber hab ich eine E? Auch nicht. Eine Bomba? Jaaa... Kann halt irgendwie grad noch nix machen, doch. Wirklich jetzt? Musste das sein, dass der noch überlebt? Alter, ich wurde gesilenced. Ich hätte ihn killen können. Die Weih. Ich wurde einfach verfickt nochmal gesilenced. Oh Gott, ne Runde. Immerhin ist sie jetzt frisch 50 Sekunden tot, das ist ziemlich gut. Das ist sogar ziemlich gut. Fuck, Alter. Wobei... Wirklich, der hat das echt überlebt, seinen Ernst. Aber ich hab Jax gestunt. Das ist ziemlich gut. Wir haben Seelen ult, das passt. Das ist perfekt. Ich bin tot, das war dumm. Das war sogar wirklich dumm, dass ich jetzt gestorben bin. Fand ich das auch tot. Nimm diesen scheiß Turm, Alter. Oh Gott, ich hätte nicht sterben sollen. Hier, wenn die jetzt hier reinläuft, kann ich sie töten. Alter, ich bin ein Gott. Leider hab ich aber kein Reset bekommen. Oh Gott, oh mein Gott. Ja, bitte. Hier, warum geht sie denn weg? Ja, sag mal. Warum? Also ja, okay, vielleicht war es Steep, aber... Das war jetzt auch nicht... Also... Ah, diese Runde macht mich einfach fertig. Diese Runde makes me very done. Open it very fast. Das gewinnen wir nicht mehr, weil Jax Wain, Leute... Jax Wain... Ich mein, Wain ist... Kill ich die ganze Zeit, aber... Ich mein, ich kann sie auch ohne... Ohne Stunt töten. Und... GA get it mal wieder. Man kennt's. Immerhin haben wir ein GA bekommen. Äh... GA ähm... Alter, es war gewonnen und dann sagen sie so... Ja, nee, lass mal verlieren. Oh, nice, 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 nice. Noll. Komm. Bitte jetzt enden. Alta... Schwede... Das war's. Das war's jetzt aber auch. Wobei, er end... Warum schießt sie den denn weg? Wo bin ich hier? Warum? Was macht sie? Das ist eine Weih. Die kann nichts. Und sie schießt sie weg. Das war ein Free Kill. Pass auf, wir machen Top Secret Mega Move, Leute. Seid ihr bereit für ein Top Secret Mega Move? Okay. Ah, ich hätte vielleicht nicht alles aktiviert. Was ist mit Ramos? Komm jetzt, go. Go. Go, 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 go. Jetzt bitte! Jetzt bitte! Einmal bitte! Bitte jetzt! Bitte überleben. Wenn das jetzt nicht gewonnen ist. Ich habe dieses Spiel 30 Mal gewonnen. Bitte gewinnt es jetzt. Okay. Und damit würde ich sagen, auf Wiedersehen. Viel Spaß. Ja! 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 Ich war noch nie so glücklich in meinem Leben. Wenn ich jetzt nicht 100 Pikes bekomme, beziehungsweise Honors. Ich habe das Game wirklich so hart gecarried. Ohne Witz. Interessant aber auch übel. Viele Kills sind Worth und so und viel Damage. Aber... Free Game, Leute. Das Game war komplett free. Richtig Free Game. 2 3 Untertitelung des ZDF, 2020